Siehst du was? Ja Okay, das ist die Zwischensequenz, die überspringen wir mal ganz kurz Problematzeiten Bisschen lang Bisschen lang Geht schon Das Spiel ruckelt unglaublich mit diesen Texturen Dieses Scheißspielen Hat aber viele coole Namen hier zugesiehen Sehr edgy Sehr lustig Sehr lustig Ja Das Spiel ist ein Frack